Lauf, Wauzi! Lauf! Ich bin bei dir. Ist Nick auch da? Tatsache. Was findest du, Wauzi? Such uns was Hübsches. Wir folgen dir. Ob er wirklich anhand des Zigarrenstummel irgendwas erkennen kann? Hört ein ziemlich awesomeer Hund, oder? Okay. Nick ist auch da. Gefällt mir soweit. Suche nach Hinweisen. Aha. Aha! Was haben wir denn hier? Feiner Wauzi. Ja. Dann mal los. Das macht der Welt klasse. Also hier hat er wohl letztens... Oh mein Gott! Sind das Todeskrallen? Bekämpfen die sich gegenseitig? Sie bekämpfen sich zwei Todeskrallen gegenseitig. Okay. Interessiert mich nicht. Ich glaube, ich folge dem Wauzi mal lieber. Mit zwei Todeskrallen würde ich, ehrlich gesagt, nichts zu tun haben. Auf geht's, Wauzi. Wir sind da. Oh, nein. Was? Mein Gott, Junge. Jeder überlebte Kampf. Ja, ist was. Was ist mit dem hier los? Verstrahltes Blut. Man sollte das Zeug wohl nicht verkommen lassen. Okay. Ich brauche eine Waffe wie diese hier. Mann, haben wir viel Munition dafür jetzt. Nice. Ich hätte natürlich vorhin auch was verkaufen sollen eigentlich. Das war eigentlich mein Ziel. Ich habe jetzt nämlich... Ich bin ziemlich voll bepackt. Das war jetzt ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Aber na gut, was soll's. Jetzt sind wir jetzt erstmal beim Wauzi. Wo gehen wir? Aha! Was ist das denn hier? Das sieht ja nach einem interessanten Versteck aus. Ja. Aha. Hier sind wohl Leute gestorben. Ja, besser ist das, oder? Ich habe jetzt wie gesagt ein bisschen zu viel dabei. Äh, Wauzi. Wo ist der Wauzi? Ich würde dir ganz gerne mal ein bisschen was geben. Wauzi, komm mal her. Ich bin völlig überladen. Ist da was drin? Nee. Wauzi, komm mal her. Ja. Hast du die vierte verloren, mein Junge? Nee. Darf ich ihm jetzt nichts geben? Ach, komm schon. Komm, Wauzi, du musst mal auf die Seite, oder? Oder du musst mich mit dir reden lassen. Ansonsten wird das hier nix. Ja, er hat eine gute Nase, ist auch mein Wauzi. Na los. Aber kannst du nicht ganz kurz warten, damit ich dir mal ein bisschen Zeug wieder geben kann? Ach man, ey. Ja, warte, da muss ich doch was wegwerfen. Wir sind nämlich ein bisschen vom Gewicht drüber. Aber nicht irgendwas hier, was ein bisschen viel wiegt oder so? Trenchcoat. Ich habe mir so viel Waffen vorhin mitgenommen, ne? Äh, ja. Mann. Ja, dann muss halt die weg. Und die weg. Dann muss ich dir trotzdem bei Zeiten gleich was geben, ja? Kellogg ist immer noch da draußen. Wir müssen ihn finden, Junge. Ich darf jetzt nix nehmen, bis diese Pferdensuche mit dem Wauzi vorbei ist. Kann auch sein, dass ich dem Nick was geben kann, ja? Einmal schwarz. Zweimal schwarz. Schade, er geht nicht. Ein legendärer Hund? Oh. Ei, 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 ei. Moment mal. Du musst, gibst mal Ruhe. Nicht, dass uns der Nick hier gleich stirbt, ey. Okay. Der legendärer ist auch gleich tot. So, er wird er erledigt. Wo ist der legendärer? Das war's. Was hat der für mich? Ein, ein Kampfmesser. Na ja, ist jetzt nicht so geil. Ziele bluten und er leiden 25 Punkte mehr Schaden. Na ja, ich hab schon bessere legendäre Sachen gekriegt. Was soll's. Und damit sind wir aber wieder zu schwer. Warte mal, du. Nick. Nick. Ja, ich glaub, ich muss dir jetzt mal kurz das geben, okay? Guck nach, ob sie was interessantes hatte. Ja, doch. Nee. Warte. Nick. Wenn ich habe, was du brauchst. Nee, ich... Hauptsache, er hat das wirklich jetzt mitgenommen. Nee, ich musste... Wie viele Patronen wir von den 5 Millimetern haben, ist ja richtig... Alter, 2000 von den 38ern, ey. Nice. Ähm, bitte nehmen wir mal ganz kurz die Lasermuskete und die hier ab. Danke. Okay. Und weiter geht's. So, fühle ich mich nämlich schon mal ein bisschen erleichterter. So. Uh! Was ist denn mit ihm? Ich hab ja noch gar nicht gesehen, dass wir ihn... Van de bea. Ich glaub, da brauchen wir eine heftige Waffe. Meine Herren, den haben wir noch gar nicht gesehen, ey. Kann man mal so machen. Auf geht's, Fauzi. Weiter geht's. Meinst du, hier ist was? Sieht sehr verlassen aus. Oh ja. Oh ja. Oh oh. Wo geht's denn hier hin? Das sieht nicht gesunder aus. Achso, hier geht's einfach nur runter. Gute Nacht, Chris. Aha. Gwyneth Stout, sein Lieblingsbier. Wir haben hier so ein Pirli. Kannst du uns weiterführen? Okay. Man, da werden wir ja ganz schön weit durch die ganze... über die ganze Map rennen. Ich hätte kein Pile, wo wir gerade sind, ne? Aber solange der Wauzi was findet am Ende, steht dem Wauzi voll hinter... an seiner Seite. oh goh. Gut. Und ein paar Ghule. Ja, Kannibalen, richtig? Ah, ich liebe diese neue Waffe. Die ist klasse. Das ist ja gar nicht die, die ich eigentlich nutzen will. Die hier will ich eigentlich nutzen. War gar nicht die neue. Das hier ist die neue. Oh, hier kommt eine ganze ghule Mannschaft. Einfach zustechen. Ein legendärer Ghule. Der nächste Legendary. Jawohl. Warum nicht? So, ihn down. Okay, oder auch nicht. Hallo? Hat's auch da war. Und tot. Des Problemlösers Metallrüstung. Linke Arme reduziert ihn durch Roboter verursachten Schaden um 15. Dankeschön. Werden wir mitnehmen. Und die Frage ist, ist das besser? Ich glaube, es ist leider nicht sehr gut, oder? Oh, doch. Nein, war mein. Das ist sogar richtig gut. Oh, danke schön. Ja, endlich mal eine legendäre Rüstung, die wir auch nutzen können. Na, das ist ja sogar mal was. Sehr gut. Perfekt. Das hat sich ja richtig gelohnt. Die kamen hier alle raus, ne? Da müssten wir doch glatt mal gucken, ob hier nicht noch irgendwas ist. Nein, hier ist einfach gar nichts. So, wauzi. Wir sind wieder dabei. Auf geht's. Wo sind wir jetzt eigentlich? Da habe ich mal eine Übersicht über der Karte kriegen. Wo sind wir eigentlich mittlerweile hingelaufen? Heilige sind wir weit weg. Also hier wäre ganz nett, wenn ich mal irgendwann mal einen neuen Abschnitt finden würde, damit wir uns irgendwann mal hier porten können, wenn wir schon mal so weit weg sind. Was erzählt der? Ähm. Ja. Was haben wir denn hier? Fehler. System fehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ähm. Was ist hier passiert? Fehler. Medina verstorben. Bedrohungsstufe Omega. Er. Hat. Uns. Getötet. Wir sind noch auf der richtigen Fährte. Hoffentlich ist es nicht mehr weit. Ja. Wauzi. Das gibt's ja wohl nicht. Mein Gott. Der Typ ist aber ganz schön weit gelaufen, ja. Wo ist mein Sohn? Oha. Pigments Visitenkarte. Die haben die alle. Äh. Was ist das hier mit der Visitenkarte? Oh. Pigment war hier. Finde mich, wenn du dich traust. Oh. Das ist eine richtige Nachricht. Da gab es doch gerade eine Quest. die Card hatte sich aktualisiert. Krass. Okay. Da hat sich gerade mein Stream verabschiedet. Das ist nicht okay. Okay. Aber haben wir Internetprobleme oder hat Twitch keinen Bock? Guck, was ist gerade passiert. Das wüsste ich jetzt noch ganz gerne. Okay. Ich befürchte, wir haben hier gerade ein Internetproblem. Hier ist ja schon wieder so ein Teil. Was meinst du, Junge? War das unser Mann? Ich kann mich nicht bewegen. Hallo Hund. Wart sie. Was machst du mit mir? Ganz ruhig. Wir müssen zusammenbleiben, Kumpel. Wenigstens bis wir Kellogg finden. Oh, hoffentlich ist der Kellogg überhaupt der richtige Mann, ey. Wo sind wir denn jetzt? Also hier müssen wir doch mal irgendwann ein neues Gebiet erforscht haben, oder? Da ist eine Blähfliege. Hier, da kann man doch reingehen. Das muss man doch jetzt mal erkundet haben, oder? Nee. Ich würde zu gerne, dass jetzt hier auf dieser Karte mal was aufgedeckt wird. Weil wir sind jetzt wirklich schon sehr weit gereist. Ah, wir haben was entdeckt. Na, also. Sehr schön. Ja, wir haben gerade Internetprobleme. Ich weiß nicht, weil es vielleicht mitten in der Nacht ist und sie irgendeinen normalen Reconnect oder so machen. Ähm. Pass auf. Also wir haben jetzt hier was entdeckt, aber es ist schon mal in Ordnung, damit kann ich leben. Oh, Wauzi. Wo laufen wir denn hin, ey? Fort Hagen haben wir jetzt aber auch entdeckt. Und da geht's rein? Da hat er sich vorbar gekadiert? Sind wir hier richtig? Ist er da drin, mein Junge? Ich wusste, dass Dogmeat unseren Mann finden würde. Jetzt sollten wir übernehmen. Gönnen wir unserem vierbeinigen Freund eine Pause. Ja, Dogmeat. Hast du fein gemacht. Ist es okay, wenn wir ein paar Sachen tauschen, Dogmeat? Ich würde mir jetzt nämlich ganz gerne mal was geben. Internet ist wieder da. Alles wieder gut. Sehr schön. So, mein Lieber, ich musste dir jetzt mal ganz dringend ein paar Sachen geben, weil wir ansonsten hier nicht wirklich weit kommen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ich bin nämlich ein wenig überladen, wie ich das gerade sehe. So, guck mal hier, das brauche ich jetzt nämlich auch nicht mehr. Und das, was er hat, möchte ich ganz gerne nämlich dann wiederhaben, logisch. Die Schachtel Zigaretten kann er von mir aus gerne behalten. Ja, aber auch den schönen Mund hast du da. Du, es muss für ihn okay sein, so hart es jetzt klingt, ne? Aber es muss. Wir haben schon drei legendäre Sachen jetzt hier. Das ist ja echt gar nicht so kacke. Gefällt mir, aber ansonsten haben wir nichts. Eine Menge Schrott könnte ich ihm anbieten. Dogmeat, magst du mir da ein bisschen was abnehmen? Danke. Du bist ein feiner Hund. So. So. Okay. Wie geht es dir, Nick? Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Denke mal, das passt schon. Wir könnten wohl mehr für die Leute da draußen tun, aber insgesamt ist alles in Ordnung. Alles klar. Oh, nichts. Gut, okay. Also müssen wir hier rein. Alles klar, Wauzi. Du hast jetzt mal ein bisschen Pause. Und wir schauen, dass wir da reinkommen. Okay.